Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem, wie habe ich das genannt, Hilf mir Special Delivery Video. Ja, und seht ihr mal wieder dieses monströse Ding. 4,7 Kilogramm. Justin, wir reden ja immer privat über Facebook, ich bin geflasht. Und ich bin schockiert, ich bin glücklich, ich fasse es nicht, ich frage mich immer noch, womit ich das verdient habe. Aber zum Thema schlechtes Gewissen hast du ja gemeint, hast du in dem Brief drin noch was dazu geschrieben, dann werde ich auch noch meinen Senf dazugeben. Und das erste Mal, bevor ich dieses Teil anpecke, es ist wirklich fast 4,7, fast 5 Kilo, oh, da siehst du, da kippt sogar die Kamera um, sage ich natürlich als erstes Mal Danke. Und der Special Guest im Hintergrund könnte auch mal Danke sagen. Hallo Justin, danke, danke, danke. Denn die gute Tasche hängt hier bei mir rum. Nein, sie hängt nicht auf. Du Arsch, ey. Also, ich fange mal an, oh, vorsichtig, vorsichtig, ich habe, für große Pakete gibt es hier extra große Schere. Gut verpackt, wie immer. Danke Justin. Oh, ich sehe schon gleich mal den, boah, ich schneide mir gleich die Finger, das ist gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Wie ich ein Paket auf, oh, scheiße. Man muss die scharfe Seite nehmen, oder? Äh, ja. Oh, jetzt habe ich die Papete geschlafen. Also, huch, ne, fällt mir gleich alles runter. Also, äh, hier haben wir als erstes mal den Brief, oh, in Klarsichtsfolie. Den lese ich jetzt als erstes mal vor. Also, Justin schreibt, hallo lieber Tom, das bin ich, ja, ja. Hiermit, Moment, hiermit erhältst du mal wieder ein kleines Paket. Wenn du nochmal klein schreibst bei deinen Paketen, dann, das ist alles andere als klein. Bekommst du ein kleines Paket von mir. Um genau zu sein, bekommst du das mittlerweile fünfte Paket. Justin, ich, ja, es sind mittlerweile wirklich fünf, es ist unglaublich. Ähm, ich weiß auch nicht, was wieder in mich gefahren ist, aber ich hatte einfach mal wieder das Bedürfnis, dir ein Paket zu schicken. Justin, Justin. Ähm, jetzt habe ich mich in der Zeile verrutscht. Mh, 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 mh. Und hier ist es nun. Und, nein, du musst keinerlei, du musst dir keinerlei Vorwürfe machen oder ein schlechtes Gewissen haben. Ich schicke dir das Paket weiterhin freiwillig, was ich auch nur zu gerne mache. Wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich das Paket eigentlich kleiner halten, aber irgendwie hat mich das, hat das nicht so wirklich geklappt. Ja, man sagt, das stimmt, Justin. Naja, was soll's. So bekommst du wenigstens wieder ein wenig was zum Auspacken. Oh ja. Ich hoffe, ich kann mit diesem Paket wieder ein wenig deinen Geschmack treffen. Also, Justin, hast du bis jetzt eigentlich immer. Meine Trash-Collection wird dank dir immer größer. Und ich habe auch schon einige von den Filmen, die du mir das letzte Mal geschenkt hast, gesehen. Ich muss gestehen, nicht alle, aber einige. Ich erinnere mich da an diesen Stornado-Film, der war wirklich sehr lustig. So, weiter geht es. Jetzt bin ich wieder in der Zeile verrutscht. Über Trash oder auch vielleicht mal anspruchsvolle Filme ist alles dabei. Uh, anspruchsvolle Filme mag ich natürlich auch. Dieses Mal hatte ich es wirklich mit trashigen Naturkatastrophenfilmen. Sorry. Das ist, du musst dich nicht entschuldigen. Kein Problem. Zudem hoffe ich, dass vielleicht auch die ein oder andere Perle dabei ist, die du vielleicht noch nicht hattest. Ich sage ja generell, selbst wenn ich einen Film schon doppelt habe, ich freue mich darüber trotzdem wie ein Schneekönig. Allein der Gedanke, dass mir jemand was schenkt. Ich freue mich auch über Filme, die mich vielleicht nicht so ansprechen. Also macht euch mal darüber keine Gedanken. Oder du, lieber Justin. Freuen wird es mich auf jeden Fall. Also, du kennst meinen Geschmack eh. Deswegen bin ich da voller... Das geht ja noch weiter. Ich hätte gerne noch viel mehr geschrieben, aber ich denke, meine Filme sind dann doch ein wenig interessanter als meine Briefe. Hey, hey, hey. Ja, ja. Smiley face. Nein, ich mag deine Briefe genauso. Deswegen beende ich diesen Brief an dieser Stelle und wünsche dir ganz viel Spaß beim Anpacken. Ich freue mich auf dein Video. Liebe Grüße. Dein... Du weißt, ich mag das Wort nicht so. Dein Fan Justin Jan. PS, wenn du wissen möchtest, mit was du mir eine mega Freude machen würdest, kannst du mir ja gerne eine kleine PN auf Facebook senden. Ich möchte nicht, dass du immer so ein schlechtes Gewissen hast. Ja, Justin, wir schreiben ja ab und zu. Ich habe schon eine kleine Überraschung auch so im Kopf. So, also lieber Justin, danke und jetzt geht's los. Ich möchte ja auch noch dazu sagen, ich habe ja tatsächlich, als das erste Paket war, ich hatte ja tatsächlich nie darum gebeten, Pakete geschickt zu bekommen. Du warst ja, Justin, glaube ich, der mir das erste Paket geschickt hat. Ich kam mir da schon ein bisschen vor wie, keine Ahnung, wie gesagt, ich freue mich auch über einen Brief. Und dann hat er sein Eigenleben entwickelt, dass sich halt immer mehr Pakete geschickt. Und ich muss zugeben, ich habe manchmal wirklich ein schlechtes Gemissen, weil wer bin ich schon, dass ich von euch hier Pakete kriege. Das ist immer noch fantastisch. Aber ja, ich habe kein schlechtes Gewissen. Du machst das freiwillig und gerne. Ich freue mich. Und ich sage immer, mein Lieblingsspruch ist eine Hand, wächst die andere. Wir werden uns da schon einig. Und ich bin dir wie immer dankbar. So, meinst du, das war zu viel geschleimt, Tascha? Nein, überhaupt nicht. Danke, danke, danke. Okay, hier haben wir natürlich wieder, oh, das neue Lidl Prospekt, das ist auch nicht schlecht, brauche ich mich zu holen. Und natürlich Tegut, wir machen immer wieder gerne Werbung für Tegut. Gut verpackt, oh mein Gott. Und diese Reaktion, mir wurde ja auch schon gesagt hier, dass die Reaktionen vielleicht ein bisschen übertrieben sind. Aber nein, sind sie nicht, wenn ich das das erste Mal sehe. Alter Schwede, Justin. Das ist meine... Okay, als erstes haben wir eine Gulaschsuppe. Von Tegut natürlich. Und ich habe niemals erwähnt, dass ich Gulaschsuppe liebe. Oder? Habe ich das jemals in irgendeiner meiner Videos erwähnt? Ich liebe Gulaschsuppe. Das ist ja fast schon unheimlich, Justin. After Eight. Okay, das habe ich schon mal erwähnt, dass ich es liebe. Und Justin, danke für eines meiner absoluten Lieblingsschokoladenfirmen. After Eight von Nestle. I love After Eight. Ich liebe es. So, und... Wieder am Start. Das hast du mir schon mal geschickt. Und ich bin da auch sehr dankbar. Chili con carne mit Jalapeno. Chili. Ich liebe alle Schafe. Und das werde ich mir auf jeden Fall... Ach, das werde ich mir vielleicht gleich heute noch reinziehen. Justin, der Firma Abend ist mehr als gerettet. Alter, Alter, nein. Zweimal Lindt. Unendlich zart schmelzend Milch und Karamell. Keine Angst, Tasche. Ich gebe dir genug ab. Oh, danke. Unglaublich. Fantastisch. Und, ja Justin, du kennst mich wirklich schon. Das ist wirklich erstaunlich. Oreo. Und zwar auch noch 25% extra. Wuhu. Ich liebe Oreo. Ich kann davon nicht genug haben. Aber wenn ihr denkt, das war es. An Süßigkeiten und Konsorten, das ist noch nicht mal alles. Das geht noch weiter. Ja, mit einem Tee. Sommerfrüchte. Ich trinke Tee ja eigentlich generell lieber als Kaffee. Ich trinke zwar auch Kaffee, aber nicht so viel. Ein Sommerfrüchte-Tee. Nicht schlecht. Können wir nachher zum Amprot dazu kommen? Na klar. Können wir gerne machen. Also, Justin... Es geht noch weiter. Justin! Was ist das denn? Ein Double Oreo zweimal Creme. Alter, die kenne ich gar nicht. Die gibt es bei uns hier gar nicht. Das habe ich ja noch mit Doppel-Creme-Füllung. Also, bei uns... Ich habe die noch nie im Laden gesehen. Vier kleine Marmorkuchen. Oh mein Gott. Ich höre meine Waage schreien. Aber das ist mir sowas von egal. Das ist... Und natürlich, das darf nicht fehlen. Das hat ja schon traditionell. Tradition bei dir, Justin. Danke hier für die leckeren Fruchtsaftbärchen vom guten alten Tee. Ich habe immer gedacht, Tegut ist ein T-Laden. Aber es ist ja nur ein E. Früher habe ich das immer gedacht, Tegut und T-Laden. Aber nein. So, dann kommen wir mal zu den DVDs. Und ich sehe schon wieder viel zu viel, viel zu viel. Justin! Okay. Ich mache mal das jetzt so, dass ich den Karton... Jetzt kommt ein kleiner Cut. Okay. Und es ist immer wieder fantastisch, dass du dir extra die Mühe machst, die DVDs, die extra in Zeitung einzupacken, damit die Spannung dabei bleibt. Okay. Die erste DVD. Ich bin wieder gespannt. Es ist wieder wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen. Und es geht gleich los mit der Blu-Ray. Okay, Justin, noch nicht so viel Blu-Ray. Es ist zu viel, das ist gut. Wir haben... Was ist das? Forti... What? Forti... Ruhe auf den billigen Plätzen. Forti Days and Nights. Ein apokalyptischer Desaster vom biblischen Ausmaß. Ruhe im Puff, bitte. Mit Alex, Kater und Monika kann ich nicht lesen. Ach, Monika Kina aus... 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 Hier Jason vs. Freddy. Nee, Freddy vs. Jason. Das ist doch unter Garantie. Es ist Asylum. Ich danke dir. Mein Asylum Trash Collection wächst wieder. Es ist ja wirklich Wahnsinn, wie viele... Wie viele Filme Asylum raushaut. Für alle Fans von 2012, Armageddon, Deep Impact, Waterworld and the Core. Ich liebe ja Waterworld. Ist ja absolut einer meiner liebsten Guilty Pleasures. Also das interessiert mich definitiv schon mal. Monika Kina sah ja mal zu Freddy vs. Jason Seiten. Sah die ja wirklich gut aus. Aber jetzt sieht sie doch ein bisschen... Ich will nicht sagen abgefuckt aus. Aber vielleicht einmal zu viel war ein Schönheitsdoktor. Sehr interessant. Kenne ich nicht. Geil. Weiter geht es. Ich muss ein bisschen das Tempo erhöhen, sonst wird das Video 80 Jahre. Ähm. Oh, das macht gar nicht auch nichts. No! What the hell? Curtains of Blu-Ray? Ich habe gehört, dass der jetzt vom Index oder überhaupt nach 25 Jahren auf dem Index endlich wieder freigegeben 100% ankert. Ja, Justin, geil. Ich kenne diesen Film. Ist schon eine Weile her. Ich glaube, es ist ein kanadischer Slasher. Ähm, da hat mich die eine Dokumentation, ich glaube, Going to Pieces draufgebracht. Ich habe den allerdings nur aus Amerika in so einer Box, wo vier Horrorfilme dabei sind und in einer ganz, ganz, ganz schlechten Qualität. Also definitiv VHS-Qualität, also definitiv VHS-Qualität. Und jetzt auf Blu-Ray. Und jetzt auf Blu-Ray. Justin, das ist ja mal geil. Also ich habe den Film, er war jetzt nicht der absolute Hit, aber er passt wunderbar in meine Sammlung und er war jetzt auch nicht so schlecht mit Wendekover. Aber wow, da bin ich, alter Schwede-Kartens, damit machst du mir, hast du mir meinen Geschmack jetzt schon mehr als getroffen. Da kann ich nämlich diese Vierer-Box, da ist nämlich nur Scheiße auch noch drauf, da kann ich die rausschmeißen aus meiner Sammlung und habe den Film auf Blu-Ray. Super. So, weiter geht's mit einer DVD, es ist Schoolkiller, ja, mit Paul Neschi. Okay, den Film habe ich, auch in dieser Version, aber wie gesagt, das ist nicht schlimm, meine DVD ist bestimmt schon 100 Jahre alt. Das ist ein spanischer Slasher mit Paul Neschi in einer, glaube ich, seiner letzten Rollen oder einer, zumindest allzu lang danach, ist er dann verstorben. Der ist bekannt als Werwolf des spanischen Kinos, ja, da steht jetzt Paul Neschi, ja, ich bin gut. Der Film ist ein, ja, von 2003, ein netter kleiner Slasher, der in einer, das ist schon ewig her, wo ich den gesehen habe, der in einer alten Schule spielt. Der hat mir gut gefallen und da kann es nicht schaden, mal die DVD abzudaten und die alte mal rauszuschmeißen, denn die habe ich wirklich schon ewig. Danke, cool, cooler Film auf jeden Fall. So, weiter geht es mit, das könnte eine Blu-ray, tatsächlich, schon wieder eine Blu-ray. Was ist das? Ming-Na, Ming-Na kenne ich aus, ich spiele dir nicht ein Ding mit, in Agent of Shields. Nick Tuturo. Supercycling, ein Sturm so groß wie ein Kontinent, droht alles zu verdichten, Ming-Na ist ja nicht schlecht, Kult in the Asylum und schon wieder natürlich, schon alle feiern schon, 2012 Twister, Armageddon und The Day After Tomorrow. Habe ich noch nie was von gehört, also so viele Asylum Filme, wie du mir jetzt schon geschenkt hast, da müsste ich, habe ich sie nicht mal alle beisammen, geil. Es freut mich auf jeden Fall, ich stehe auf Trash, das ist schon wieder eine Blu-rays. Das denn nicht so viel Blu-ray ist. So. Oh, es ist, what is this? Jason London, Stacy Keatsch, West Brom, Stacy Keatsch sagt mir was. Water Wars, entfesselnde Naturgewalten. Lass mich raten, es ist nicht Asylum diesmal, nein, ich glaube, es ist diesmal was anderes, oder es ist doch Asylum. Zumindest steht ja auch wieder mal drauf, der übrige Spruch für alle Fans von 2012, The Day After Tomorrow und Twister. Is Great Movies, ist das glaube ich dasselbe deutsche Lied, ne, das ist Star Movies. Auf jeden Fall sagt mir nichts Böses sein, kann manchmal Spaß machen und Stacy Keatsch hatte offensichtlich eine Menge Spaß bei diesem Film. Eine Serie von merkwürdigen Wetterphänomenen. Okay. Sagt mir, wie gesagt, 0,0, aber sieht sehr trashig aus. Und das verspricht einen lustigen Trash-Abend. Nicht schlecht. Weiter geht es in dem Paket. Okay, das müsste eine DVD sein. Jawohl, und es ist House of Good and Evil. Das Böse stirbt nie. Horrorfilm? Habe ich noch nie was von gehört? Das ist gut. Mit Rachel Mary-Louis aus Glee. Wen hatte der bitte für den Glee gespielt? Ich kenne doch eigentlich Glee. Christopher Oliver und Jordan Rhodes. Okay. Maggie und Chris ziehen nach der Fehlgeburt in ein abgelegenes Haustiefen die Wälder von Virginia, um ihre angeschlagene Ehe zu retten. Doch das wunderschöne Haus... Ah, ein House-Thriller. Ein exzellenter Film mit herausragenden Hauptdarstellern. Okay. Regie David Mann. Den sieht man jetzt nicht. Sein Film ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ohne Wendekover. Das macht nichts. Sieht interessant aus. Der wird auf jeden Fall ziemlich schnell gesichtet. So, und die nächste DVD. Oh, da ist ein Schuber dabei. The Borderlands. Yo. Im Schuber. Ich glaube nicht. Hey, ja. Das ist ein Found-Footage-Film. Den habe ich, aber... Justin, deswegen freut mich das umso mehr. Den habe ich nur ohne deutsche Tonspult. Den hatte ich mir nämlich damals aus England importiert. und damit kann ich jetzt meine DVD rausschmeißen und habe diesen Film auf Deutsch und Englisch. Und das noch in einem ganz schicken Schuber. Das gefällt mir sehr gut. Zum Film kann ich nur sagen, er ist ein solide Found-Footage-Film. Nicht das Beste. Was an diesem Film heraussticht, ist definitiv das Ende. Das ist so ein Ende, wo man nur sagt, what the fuck. Die einen finden es extrem kitschig. Die einen... Ich fand es recht originell. Ist sehr, sehr gut. Found-Footage liebe ich ja sowieso. Und hiermit triffst du meinen Geschmack. Klasse, da kann ich die englische DVD rausschmeißen. So, weiter geht es mit... Okay, was ist denn das? Last Voyage, das Geisterschiff, Judd Nelson. Lance Henriksen, hier. Einer meiner absoluten Lieblings-Horror-Schauspieler. Verschollen im Bermuda-Dreieck. Ist auch... Gut, Lance Henriksen hat ja in 1000 Millionen Filmen mitgespielt. Sagt mir gar nichts. Sieht aber nicht schlecht aus. Sieht auch ein bisschen trashiger aus, wenn ich so die Bilder sehe. Und... Müssen wir gucken, von EMS. Wie heißt es Regie? Christopher McIntyre. Habe ich glaube ich auch schon mal gehört. Aha, nicht schlecht. Ein trashiger Horror-Film mit Lance Henriksen, das geht immer. Und weiter geht es. Und zwar mit... Was haben wir hier? Oh Mann, schaffst du nicht. Übertreibst doch nicht. Wir haben das Thema doch schon gehabt. Er macht es gerne und ich freue mich und wir werden uns schon einig. Und zwar zum Tornado-Warning. Stacey, Archer, Jeff Fahey, Emily, Dee, Hachley, Chip, Chip, Hop, Chip, Ho, David Jensen. Angriff der Aliens. Was? Tornado-Warnung, Angriff der Aliens. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ja, ja. Das ist kein Asylum. Sieht aber interessant. Schon wieder mal für alle Fans von Twister, Armageddon, The Day of Tomorrow. Steht das auf jeden Fall in diesem Katastrophenfilm? Aliens wollen die Erde erobern und benutzen dabei elektromagnetische Stürmung als Massensvernichtungswaffe. Okay, das ist auf jeden Fall definitiv Trash-Pour. Geil, 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 geil. Nicht schlecht. Und kein Wendekover, aber das ist halb so schlimm. Okay, die Schauspieler, Jeff Fahey, sagt mir was, aber den könnte ich jetzt gar nicht einordnen. Auf jeden Fall sieht das trashig aus. Vielleicht ist es ja doch Asylum, aber ich sehe es nicht. Aber nicht nur Asylum macht interessante Trash-Filme. Also, so, weiter geht es mit... Oh, ho, ho! Chernobyl Diaries. Ja, den Film habe ich auch, aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich freue mich auch über Filme, die ich doppelt habe. Da hatte ich immer lange Zeit gedacht, dass das ein Found-Footage-Film ist. Das ist aber gar kein Found-Footage-Film. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr guter Film, wie ich finde, der logischerweise in Chernobyl spielt, im Sperrgebiet, in der Todeszone, die Atom verseucht ist. Und da kommen da, da geht eine Gruppe von, ich weiß gar nicht mehr, was sind das... Wollen die nicht sogar auch eine Doku drehen? Also, normal hätte man das auch als wunderbar als Found-Footage-Film drehen können. Und die Kamera wackelt an sich ja schon ziemlich stark, dass man das meinen könnte. Aber es gibt keinen Kameramann, wo das Film... Also, es ist ein normaler Film, wo die Kamera einfach nur ein bisschen wackelt. Aber ein sehr guter, wie ich finde. Hatte einige zwei interessante Scars. Und das Thema Chernobyl ist eh interessant. Ein sehr guter... Hatte gute Location für einen Horrorfilm. Auch wenn sie es logischerweise nicht im echten Chernobyl gedreht haben, kommt das da sehr echt rüber. Wenn man das so mit echten Bildern vergleicht. Sehr guter Film, den mag ich auf jeden Fall. So, und weiter geht es mit... Was ist das? Ich kann definitiv schon mal sagen, dass ich das nicht kenne. Cello, aber davon habe ich schon mal gehört. The music screams to the death of one family. Das ist mal wieder was Asiatisches, wie das Cover verspricht. Und das ist ja auch was, wo ich mich mehr beschäftigen möchte. Von dem Film habe ich schon mal gehört. Die ehemalige Schilistin Nihong-Yong unterrichtet Musik an den Hochschulen. Ja, Asiatischer Horror-Thriller, Doppeldisk, oder? Mit Bonus-Material. Das sieht sehr interessant aus. Und da bin ich definitiv mal gespannt. So, jetzt hat die Kamera kurz gesponnen. Deswegen habe ich die mit DVD gerade eben schon geredet und schon ausgepackt. Es ist Damm 999. Ich habe gerade eben schon philosophiert, ist das eigentlich ein Trash-Film? Hier steht nämlich in der Selektion für den Oscar 2012, für Best Picture, Original Score, Original Soundtrack. Hier steht natürlich mal wieder, für alle Fans von 2012 und The Day After Tomorrow, hier ist wohl ein Film, wo ein Damm bricht. Es ist nicht von Asylum, deswegen habe ich jetzt gar keine Ahnung. Könnte Trash sein, da bin ich mir noch nicht sicher. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wasser kennt keine Gnade, die größte Katastrophe der Menschheit. Spektakulär und abendberaubend verfilmt. Die Schauspieler sagen jetzt nichts. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, den gucke ich mir auch als einer der Ersten an. So, weiter geht's, vorletzter. Es ist, was ist das? Uh, Kevin Sorbo natürlich, geil. Brandon Beisser. Ich mag den guten Kevin Sorbo, auch wenn er mittlerweile in wirklich vielen B-Movies mitspielt. Und das sagt mir gar nichts. Angriff aus dem Untergrund. Ein Horror-Thriller, der einem das Blut in den Haaren gefrieren lässt. Oh ja. Mit Kevin Sorbo, bekannt durch die Fans der Serie Hercules und Andromeda. Ja, eine große Umweltkunde, eine Biologe, eine klebrige Substanz. Aha, okay. Hm, sieht leicht trashig aus. Äh, cool. Ah, nicht schlecht. Vielen Dank. Und last but not least. Splinter. Oh, okay. Ja, Splinter habe ich auch. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Das ist ein, das ist ein Film, wo die DVD, äh, die FSK, wo ich mir wirklich an den Kopf greife. Das ist nämlich ein wirklich, wirklich brutaler Film. Mit echt gorigen Szenen. Und was hat der? FSK 16. Diesen Film würde ich sogar definitiv vorschlagen. FSK 18. Andere Filme werden indiziert. Ah, ihr könnt mich wieder über die FSK aufregen. Und so ein relativ harter Film, in Anführungszeichen, ähm, hat eine FSK 16. Was reitet die FSK? In einem schicken Schuber. Es ist auch schon ein Waldchen her, wo ich den Film gesehen habe. Ich glaube, ich spiele an einer Tankstelle mit irgendeinem Wesen, was so diese Stacheln verschießt. Ja, zum Leben braucht es Fleisch und Blut. Ein sehr, 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 sehr guter Film. Äh, Regie Toby Wilkins. Ich weiß gar nicht, was er noch so gemacht hat. Ähm, der ist wirklich gut. Und über diesen Film freue ich mich auch sehr, Justin. Auch wenn ich ihn schon habe. Das ist, wie gesagt, kein Problem. Du hast hier in diesem Paket mal wieder unglaublich meinen Geschmack getroffen. Also, du kennst meinen Geschmack wirklich sehr gut. Von Trash Found Footage. Äh, anspruchsvoller Horror. Etwas weniger anspruchsvoller Horror. Wirklich eine fantastische Mischung. Äh, wie viele haben wir denn jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Du bist wahnsinnig. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünf, zehn Filme. Und die ganzen Naschereien. Justin, ich danke dir. Das ist alles ein Highlight. Wenn ich jetzt hier ein Highlight rauspicken müsste, weiß ich nicht genau. Oh, also vielleicht den, der sieht sehr interessant aus. Und natürlich Kartons, wo ich jetzt updaten kann. Justin, mir fehlen die Worte. Ich danke dir. Ähm, Wahnsinn. Wir sprechen uns über Facebook oder Skype mein Ruhe. Und, ja, ich bin sprachlos, wie immer. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.